Wir nehmen dich mit. Bei uns bist du vorerst am besten aufgehoben. Verdammt, seht mal aus dem Fenster. Sieht so aus, als würden wir schon erwartet. Caramba! In diesem Kaff wimmelt es ja nur so von Rotten. Okay, wir teilen uns auf. Kate und Nia, ihr verlasst den Zug auf der Rückseite. Wir stellen zunächst die Wachen am Bahnsteig kalt. Anschließend werden Sanchez, Sam und ich versuchen Pferde aufzutreiben. Wir reiten zu dritt zu dieser Mine nach Norden. Doc, Kate, ihr bleibt hier unten in Grants und haltet uns den Rückweg frei. Versteckt euch am besten in der Scheune dort drüben. Was ist mit mir? Du weichst Kate keinen Schritt von der Seite, ist das klar? Ich pass schon auf sie auf. Dann los. Was ist das dann? Und damit, hey ho und let's go. Mit Desperados. Wanted. Dead or alive. Ist es eigentlich ein Schiff hier? Wahrscheinlich, weil er geflüchtet hat, ist er natürlich die Witzfigur der ganzen Stadt. Na, zumindest etwas. Auch wenn wir ihn nicht kalt stellen konnten. Das Problem ist, ich bezweifle, dass die Leute hier irgendwie besser drauf sind. Oh, der Zug fährt ja weg. Weg, okay. Für euch kommt er ab und zu wieder. Ähm, ja. Ja, ähm. Okay, sind alle ruhig, aber ich nehme an, wenn ich mich 1 cm bewege, bin ich tot. So, ihr zwei seid da. Ich muss kurz schauen, wie das hier funktioniert. Okay, okay. Okay, 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 verstehe. Ja, ist ein bisschen tricky. Hallo, Karte, danke. Ist ein bisschen tricky. Weil ich kann sie leider nicht selbst steuern. Und anscheinend ist eine schlaue KI da. Die versucht, immer irgendwas zu machen. Oh Gott, also ich muss jeden auf dem Weg eigentlich umbringen. Sonst kann ich hier keine 2 Meter führen. Aber gut, sie und Doc sollen ja letztendlich hier bleiben. Nur die anderen soll ich ja rüberbringen. Wo ist denn die Mine? Was davon ist denn die Mine? Hier einfach nach oben? Nehmen es an. Gucken wir kurz in die Beschreibung. Achso, erst mal Pferde, ja. Versuchen Sie, drei Pferde zu organisieren. Schlagen Sie sich mit Cooper, Sam und Sanchez nach Norden. Okay, nach Norden. Dann ist es hier, klar. Das führt zur Mine. Achten Sie besonders auf Kay's. Der Mia hier steht. Ja, 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 okay. Das habe ich auch schon gecheckt. Das habe ich auch schon gecheckt. Okay. Ich bin auch gespannt, was das hier auslöst, wenn ich hier vorbeikomme. Das sieht nicht so aus, als ob ich hier still vorbeikomme, gell? Es gibt keinen Weg außen herum. Na ja, Pferde gibt es eigentlich hier vor allem genug. Es gibt auch ein paar Pferde hier. Allerdings, wenn ich das richtig sehe. Achso, das ist ein Stein. Okay, da ist ein Stein. Da ist so eine Waffe. Was ist nochmal gegenstand hier? Was ist das? Ich sehe es leider nicht. Ah, da. Da ist ein Sattel. Sehr gut. Sattel Nummer 1. Da ist ein Medizinkoffer. Da ist wieder so eine Dingsbums. Hier ist Alk. Hier ist Moni. Ah, da ist ein Sattel nochmal. Okay. Da ist ein Stein. Zwei Sattel habe ich gesehen. Da ist noch ein Stein. Ich habe ein paar Pferde Sattel. Hier rumlaufen. Da kann man es natürlich so umgehen. Auf dem Anheb sehe ich aber nichts. Ich sehe... Was ist das hier eigentlich wieder? Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Aber auf jeden Fall habe ich das Gefühl, das Level löst einige... Äh, ja. Ereignisse aus. Die mir Sorgen bereiten. Gut. Ich habe mich aber jetzt genug umgesehen. Dann lernen wir, wie das geht. Okay. Ich werde wahrscheinlich sowieso verrecken. Deswegen. Ich will es nur testen. Okay. Okay. Das wollte ich wissen. Ah, der Zug ist ja wieder da. Das kann ich vergessen. Okay. Wie werde ich alle hier gleichzeitig los? Oh, Windows. Ich habe es schon bemerkt, als ich mich verdrückt habe. Ah, die sind alle gelb am Anfang. Okay. Okay. Der ist nicht so wichtig. Ja. Das Problem ist, ich würde mich natürlich zum Teil selbst K.O. kriegen damit. Okay. Ich schaffe es nicht mal. Können die eigentlich irgendetwas machen? Ich gucke, aber es gibt nichts Schnelles, gell? Ja, Blenden. Schnell mal alle Blenden. Achso, okay. Die ist ja gar nicht hier. Das bringt mir auch nichts. Also, das was bringt weiter. Ja, vorbei. Das bringt gar nichts. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich die überhaupt retten kann. Aber sie ist doch, die kümmern sich drum. Also, ich habe hier eine relativ freie Bahn. Das ist der einzige Vorteil. Der Zug haut gleich ab, aber der ist mir eh nicht im Weg. Die sind eh auch was anderes. Ich kann die nicht irgendwo abladen, gell? Ach, die kommt nicht mal mit in Häuser. Ich sage, ein bisschen knifflig ist, die zu steuern dann. Jungs, ich weiß aber nicht, was ich da machen soll. Ich weiß nicht, was der mich nicht sieht. Dem Sieger den Jackpot. Ja, ich bin etwas planlos gerade. Ich habe nur Kate plus die noch am Hals. Also, das ist jetzt am Hals. Wir wollen sie ja mitnehmen, aber das Problem ist halt das hier. Ich brauche das hier auch, ja. Ja gut, halbwegs intelligent versteckt sie sich. Wir gehen ein bisschen tiefer rein. So. Das ist auch einer der Typen, der nichts mit sich machen lässt, gell? Ja, ja. Na, noch ein Ass im Erd. Was sind die Vögel hier so laut? Ist ja schlimm. So, und? Wie reagiert er? Okay, ich dachte, er macht dieses... Ah, eine schöne Frau. Hilfe, Hilfe, Alarm. Ach so, scheiße. Ich kann ja gar nicht transportieren. Ah! Ich kann ja gar nicht transportieren. Ja, ne, der Zivilist weckt den gleich auf. Ich brauche diese hier. Wie kriege ich die? Okay, kurz mal wieder testen. Was passiert, wenn ich irgendwo Alarm auslöse? Okay, die werden auch erschossen. Also, die reagieren auf alles. Genug getäudelt. Weiter geht's. Kann ich das? So was? Funktioniert das? Keine Ahnung. Ja, ich habe im Moment nicht so viele Pläne, um ehrlich zu sein. Wie hast du dir das vorgestellt, John? Weißt du, er sagt auch noch schon, wir kümmern uns um die. Wie denn? Super. Hat toll funktioniert. Ich weiß nicht, wie der Anfangsplan aussieht. Oh, muss ich das so machen? Das könnte natürlich sein. 1, 2, 3. Zack. Doch, das Ding muss... Ah, Schrotflinte weiß ich nicht, ob das was bringt. Ich probiere es mal. Doch. Ziel bitte auf... ...den hier. Okay, der ist nicht da. So, ich werde... Wie viele dann los? Mal sehen. Es funktioniert echt. Der Mist funktioniert echt. Geil. Das hat gut getan. Okay, jetzt muss ich noch einmal durchspielen. Weil ich muss natürlich schneller dann auch reagieren. So, du... Ich kümmere dich um die drei. Gut, dass es auch tatsächlich funzt. Zack, zack, zack. Du, der da. Und du, der da. Das speichern wir jetzt ab. Jetzt muss ich halt daran denken, dass er überlebt. Warte, da ist noch einer. Karte. Ne? Okay. Dann probieren wir es mal. Ach, so sehe ich auch die Markierung. Cool. Okay. Ah, Mist. Was geht diesmal schief? Was geht diesmal schief? Ich erkenne es nicht. Du erschießt die drei. Du erschießt den da. Du erschießt. Ich habe es genauso wie vorhin gemacht, oder nicht? Oh. Nicht laufen. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Ah, Windhoffs hast du. Okay, er sieht mich von hier nicht. So, zack. Hey du, auf geht. Heißes Raster. Was ist das? Was ist das? Okay, nur einer kann schießen, das war nicht so gut. Ah, und jetzt kommt der da, den habe ich erwartet die ganze Zeit. Wie viel Schaden hast du bekommen? Zu viel meiner Meinung nach. Nochmal. Das muss besser auf den Anfang. Das Level ist sehr, sehr lang. So. John, komm her. Doc, komm her. Ja, Sanchez nicht, weil aus irgendeinem Grund macht er mir ja Probleme. Das ist doch gut erwischt. Wow, ist doch viel mehr Schaden als vorher. So geht das auch nicht. Ich kann mich auch erst zurückziehen, aber ich will nicht, dass die Alarmen auslösen. Klarer Fall. Doc, Doc, klar. Ich liebe das. So. Keiner Schaden? Keiner Schaden. Keiner Alarm, wenn ich es richtig sehe. Kann abgespeichert, denke ich, werden. Okay. Haben wir es gut. Cool. Das hätte Spaß gemacht. So, und jetzt... Hol dir deinen Stein, bitte. Heißt das Laster? Gut, theoretisch, die können hier alle liegen bleiben. Die stören mich hier nicht besonders. Die sind hier alle frei. Gibt es hier ein Inneres eigentlich? Schön langsam. Ist wahrscheinlich leer, gell? Sonst wären die ja schon längst rausgekommen. Ja. Holst der Geier zum Stern. So, dann habe ich den Bahnhof für mich. So, Kate ist, wie gesagt, etwas gefährlicher. Das Endliche brauchen wir nur für die Dreien Pferd. So, erstmal den... Ach, komm. Hol den jetzt schon, wenn wir schon dabei sind. Hör. Dann ist das auch erledigt. Wer ist nun? So, jetzt ist halt die Frage. Wo waren nochmal die drei Sattel? Jetzt habe ich mich so ungesehen und trotzdem vergessen, weißt du? Klar, nun gut. Aber Merken auch vielleicht ein bisschen gut und so. Kann ich eigentlich irgendwo mit Kate Klamotten stehen? Nee, gell? Ich denke, die müssen animiert sein. Okay, nochmal. Alk. Moni. Wo war das dritte Item? Ich habe es wieder vergessen. Da. Sattel. Okay, ein Sattel hier. Hier war ein Stein. Der interessiert mich nicht. Ein Sattel hier. Natürlich letztendlich die Items hier sind sehr gut. Ah, TNT. T. Nee, TNT ist Dynamit. Okay, ja. Vergessen. Wie ist das hier? Ich dachte, das ist das TNT-Pass, mit dem man Boom machen kann. Dachte, wo soll ich denn das jetzt einsetzen? Aber ist nur Dynamit. Das kann ich ja frei hinlegen. Also eins. Zwei. Zwei. Ich sehe nur zwei Sattel. Und keiner der Pferde hat einen Sattel. Das macht mich nervös hier, dieses Schießerei. Okay. Dann würde ich sagen, kämpfen wir uns erst. Heiß und rechts rum. Ich muss das ja nicht nach Norden. Ich kann auch hier durch. Okay, das passt dann. Ja, dann bewegen wir uns hier lang. So, wen brauche ich denn hier? Eine Wache, zwei Wachen, drei Wachen, vier Wachen. Viel zu viele. Laut vorgehend. Was ist das? Achso, da ist ja noch einer. Achso, ich weiß aber nicht, ob hier in den Häusern jemand drin ist. Mal sehen. Okay, da hinten geht die Party ab. Ja, ja. Ich verreck schon. Ich sehe es schon. Okay, das ist halt der Nachteil. Ich darf nicht überall rum ballern. So, dann machen wir es einfach. So, du kommst bitte wieder hier hin. Kein Bock, dass dich da drüben jemand entdeckt. So, zack. Nein, du darfst nicht hochkommen. Also, sieh raus. Danke. Das kann man jetzt abspeichern. Okay, das heißt, hier ist niemand drin, richtig? Keine Wachen und so. Ja, hier ist niemand drin. Und hier kam ja auch niemand raus. Er ist da hinten. Okay. Äh, zack, zack, zack. Weiter geht's. Brauchen Sie nicht vier? Ach, vielleicht läuft der so viel, okay. Kleinigkeiten. Sehr schön. Na, mal sehen. Das hat keiner gesehen. Und los. Hat niemand gesehen. Die Frage ist, vermisst ihn jemand? Das weiß ich halt noch nicht. Weiter geht's. Dann wollen wir mal. Oh, der kann überall hier durchgucken. Das macht mich nervös. Angekommen. So. Das Problem ist, wenn ich ihn umbringe. Na, mal sehen. Weil der andere das, gell? Und los. Nein, hört er nicht. Ah. Wie hat der mich gesehen? Das war ja in Buxtehude. Achso, ich hab schon. Nein, okay. Wie hat der mich gesehen? Er kann nicht die Liegen gebliebenen sehen, aber mich. Ja, okay. Ja, ich verstehe. Äh, seit wann kommt der raus? Dann wollen wir mal. Wie viele sind da? Das ist abchecken. Okay. Und. Zwei. Alles klar. Okay, dann mach ich's nicht mit ihm. Zieh ich bitte zurück. Huff. Ah. Bewegt er sich alles hin? Ja, ich weiß nur. Adelante. Ich wusste aber, hier ist noch einer. Hat jemand an dem Plan? Fährt er witzig, wenn er jetzt auf dem rausgekommen wäre. Okay, John, komm her. Alles klar. So, am besten den hier. Hier. Zu früh. Es muss anders auch getimt werden. Bevor er rauskommt. Dann ist es besser. Angekommen. Hier ist der Wester in der Zwelle. Hehe. Ah. Ich muss ihn verstecken. Ich muss ihn verstecken. Ich muss ihn verstecken. Vorwärts. Es ist faszin. Aber sie. So, wieder checkt das. Angekommen. Der ledigt ist alle. Jetzt kommt da noch einer an. Angekommen. Jetzt oder nicht. Er hat gesagt, lass aufs Dach gehen. Angekommen. Äh, kurz überlegen, kurz überlegen. Ja gut, wenn er frei ist, dann... Alles klar. Fertig, oder? Beeilung. Schlafschiff. Noch jemand ohne? Alles klar. Na komm, so ungefähr drei. Oder nacheinander, dann passt's. Na, komm schon. Mierda. Oh, einfach so. Das ist die Frage mit der Verstärkung, halt. Wenn dir irgendjemand rufen, kann ich's nicht mal einkalkulieren. Super, hast geworfen. Bin stolz auf dich. Aber da rennt irgendwo hin, um den Alarm zu schlagen. Na, mal sehen. Ja, ja, da rennt irgendwo hin. Dann wollen wir mal. Sehen auf der Karte noch. Okay. Das war ein Satz mit X. Ich habe jetzt das Versteck. Dann erledige ich dich jetzt. Da, da, böse Menschen. Ich bin nix böser. Noch jemand ohne? Ich bin immer lieb. Upsi. Du siehst, der checkt gar nix irgendwie, gell? Der rufst aber irgendwo wieder Verstärkung. Ich hoffe, die reagieren nicht, egal was die auslösen. Aber offiziell sind die als Gegner markiert. Es kommen zwei gleichzeitig. Das ist ein Problem, natürlich. Genau vor deiner Nase, mein Freund. Viel zu viel Schaden. Die reagieren aber gar nicht richtig, gell? Das nervt halt so ein bisschen. Ja, John hat aber zu viel kassiert. Ich will das nicht so haben. So, weg, weg. Weg. Kleinigkeit. Weiter geht's. Shit. Also, was? Was? Warum ist er rausgegangen? So, reinrennen ist jetzt was besser. Jetzt kommt er hoffentlich rein. Geht doch. Diesmal ist es ruhig geblieben. Wenn ich es ruhig halten kann, dann mache ich es von mir aus auch so, wenn es optimaler geht. Schlafchen. Weiter geht's. Beeilung. Geht es doch. Okay, wer fällt? Jetzt komm doch hier rein. Geh dich mal oben an mir. Oh, ich seh schon da. Ich weiß jetzt irgendwo ein Depp rum. Vor allem, das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Was das für einer ist. Komm schon. Komm schon. Seh dich mal oben, Amigo. Da kann ich jetzt nichts machen. Wieso kann ich da nicht raus? Lockiert er das, oder wat? Na mal sehen. Kann ich doch nicht die Luft auflösen. Dann wollen wir mal. Dann habe ich auch das hier. Kleinigkeit. Na mal sehen. So, viel besser. Schon wieder? Wat für ne Reichweite haben die bitte? Als ob hier keiner kurzsichtig ist, weißt du? Wieso kann ich da nicht raus? Das nervt ein bisschen. Wenn der mich sehen kann die ganze Zeit natürlich, dann halt auch. Der trifft mich zwar zur Hälfte, netter Bar. Macht halt dauernd Alarm. Wenn die einfach nur ins Haus kommen würden, weißt du? Es sind nie mehr als drei. Dann hätte ich meine Ruhe. Ja, nichts los. Gebe ich dir recht. Gar nichts los. Ich könnte auch mit Sanchez arbeiten, aber... Ich habe immer ein Auge auf den vor allem. Dann wollen wir mal. Deswegen will ich hier nicht zwei Leute rumhampeln sehen, sondern lieber im richtigen Moment arbeiten. Ach, der vermisst jetzt jemand. Sag mal, geht's noch? Auf geht's. Du da. Wer ist für dich? Okay. Der kommt natürlich jetzt hier rein. Kleinigkeiten. Nein, der kommt nicht hier rein. Lansam. Viel zu langsam. Oh. Ich weiß nicht, wie, aber geschafft. Eine Katastrophe aufzuhalten. Sie hat nichts gesehen. Sehr gut. Irgendwann hat was gesehen. Das Kind juckt mich. So, kann ich jetzt endlich abspeichern? Da würde ich mich sehr freuen drüber. So, einer ist doch geritten. Wo ist dieses Pferd jetzt hin? Das ist wieder eine dämliche Ecke wahrscheinlich geparkt. Das ist es? Okay. Ah, dann hat ein Pferd bereits einen Sattel. Okay. Dann macht es Sinn, dass nur zwei Sattel da sind. Dann macht es Sinn. Ihr steht da weiterhin. Okay, das ist weiterhin ruhig, natürlich. Das war ein bisschen riskant, merke ich gerade. Schön langsam. So, ja, schön langsam. Kommt hier an, Grant, wie es bietet Gonzales mal wieder. Das wäre erledigt. Gut, so muss der jetzt sterben. Jetzt sieht mich ja da oben keiner. Deswegen kann ich jetzt... Freiarbeiten. Oh. Jetzt sieht der mich. Hä? Hä? Das sehe ich ja jetzt erst. Der Typ zählt offiziell als Zivilist. Und warum töten sie den? Den ich da krachmache? Und warum ist der mir jetzt wichtig? Oh Gott, so viele Fragen. Dann wollen wir mal. Da gibt es keinen Weg hin. Da gibt es ja keinen Weg. Das ist natürlich kacke. Das ist natürlich kacke. Warum kann ich das jetzt nicht machen? Ich kann es doch nicht aufschliessen. Die töten ihn wahrscheinlich wieder. Warum auch immer. Ja, jo. Okay. Gut, der juckt mich eigentlich auch nicht. Ich lasse den am Leben. Ich hole mein Zeug, das ich brauche. Okay, so einfach ist es nicht. Ich muss mich auch selbst darauf konzentrieren. Nein, er sieht mich ein bisschen. Schade. Ich kann die leider auch nicht ausschalten. Die, die immer töten den sofort, gell? So, dann machen wir hier ein bisschen her und her. Den Sattel lasse ich ja noch mal Sattel sein. So, du gehst bis hier dahin. Du hast den zweiten Stein. Du kommst hier jetzt zurück, bitte. Wie geht's weiter? Na gut, und der Bereich. Ich dachte, da kann ich rüber. Das ist komplett abgegrenzt. Auch durch die Gebäude habe ich keinen Weg. Das ist jetzt ein mittelgroßes Problem hier. Das ist jetzt ein mittelgroßes Problem. Ich gucke mal her. Läuft man kurz leise und es kann sich laut laufen. So passiert hier irgendetwas. es ist ein komplett abgegrenzt man kommt auch gar nicht hin reagieren die irgendwie auch nicht da wird aber jeder reagiert egal ob freund oder feind gut also diesen abgegrenzt reagieren nicht auf mich ich muss mir keine sorgen machen fährte ist ja mindestens 1 g habe ich denn das nein das war kein klein klein kinderspiel ding fasst vielleicht kann man das sprengen oder so kurz wie gesagt keine ahnung was sie da sind so einen plan direkt habe ich nicht aber zumindest eine aussicht ja das ist halt hier die ecke schlimmer und da ich jetzt weiß dass ich ich muss ja gar nicht dadurch gerne ich kann auch hier durch ah nee hier komme ich auch nicht runter das ist ja auch nicht das ist ja nichts mit gar nichts verbunden ok ich muss aber trotzdem erledigen weil sonst komme ich ja hier am ende natürlich ok wen brauche ich hier ich brauche doch vielleicht ich will kurz was testen gibt es hier einen durchgang gegen den wohnen nein das heißt er muss hier durch das heißt ich muss die hier auswachsen so ein dreck ich kann auch nicht schießen hier weil sie ja das sind die extra gemacht ich kann nett messer wo fahren weil ich da hinkomme und das messer abzuholen ich kann gar nichts ok das war nix es war eh ein fehlversuch doch kann noch drin bleiben beeilung es war eben kacktiming hier gell ja es war eben kacktiming ok moment 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 noch mehr momente heute habe ich keine geduld ich kann ihn nicht mal erwischen auf geht's zumindest das kann ich erledigen und das messer gleich holen aber nö gut warten wir ziehe ich lieber zurück ja und jetzt ich speichere gleich für den fall dass wir nochmal versagen ja ich habe wir gesagt wir sind alle gleich daran beteiligt dann wollen wir mal oh schon wieder ich dachte er macht eine runde ja dann komm mal zurück erst das nervt dass ich hier laut schießen kann auf geht's jetzt kommt der aber wieder weißt du weiter geht's ja ich habe es gesehen ich habe Fehler gemacht ja 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 das war meine schuld sonst seid immer ihr schuld aber das war meine schuld das gebe ich zu so oh der hat mich sogar ein bisschen gesehen jetzt redet er sich zwar gleich weg aber der schaut halt noch her jetzt geht's ne mist so ein salat ich muss ja auch gleich ein alter oben holen ich habe dringend nötig jetzt oder nie jetzt oder nie ja die reagieren die reagieren welcher punkt habe ich jetzt gespeichert ich bin hier okay auf geht's na 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 so und los sanchez wollte das du kannst wieder aufstehen mein freund ich glaube ich drei flaschen hallo ich habe es klar aufstehen so speichern zack sieht jemand ja war vielleicht gefährlich zu speichern kleinig da Untertitelung des ZDF, 2020